So Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Bad Wars. Da geht es auch schon direkt los. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Leute, das ist halt der Modus, ne? Da drücke ich mich... Warum kann ich mich nicht bewegen? Okay, jetzt geht's... Hä? Okay. Ich halte mich einfach mal von den Treppen nach fern, da scheint es ein bisschen rumzubacken. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist immer der Modus, vor dem ich mich... Alles ruckelt hier ein bisschen. LOL, krasser Bug entdeckt, oder was? Ich muss ja sagen, das ist immer der Modus, vor dem ich mich drücke, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute, ja? Aber der wurde... Ich weiß nicht warum, aber er ist echt beliebt und ihr wollt das immer sehen und empfehlt mir das immer, deswegen dachte ich, mach ich das jetzt mal wieder. Aber es ist mir immer peinlich, das hier zu spielen, weil ich jedes Mal direkt sterbe. Aber hier haben wir jetzt vielleicht eine gute Chance, weil der sieht mich, glaub ich, grad nicht, ne? Und geht zu seinem Nachbar rüber. Hoffen wir mal, dass der sein Bett nicht zugebaut hat, weil ich hab ja jetzt keine Spitzhacke gemacht. Wobei, die könnte ich mir auch bei ihm schnell machen. Aber der ist runtergefallen, jetzt wird er mich wahrscheinlich sehen, oder? Ne, der ignoriert mich... Oh, mein Bett wurde zerstört. Nein! Nein, 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 ich will wenigstens ein Bett zerstören. Lass mich das überleben. Ich hab keine Spitz... Ah doch, okay, es ist auf, es ist auf. Ja, easy game, Leute, ein Bett zerstört. Mehr will man gar nicht, vielleicht hol ich jetzt noch den Kill hier. Oh, 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 alles klar. Ähm... Komm, schau, komm, schau, komm, schau... Nein, da sind... Nein! Okay, ist nicht so wichtig. Wir haben den Bett zerstört, es ist okay. Wir gehen einfach mal ganz schnell in die nächste Runde, Leute. Deswegen ist es mir peinlich, das immer zu spielen. Aber egal, ich streng mich an. Wir schaffen das jetzt, wir schaffen das jetzt. Okay, nächste Runde. Die Map kennen wir doch sogar schon, ja? Ich spiel die Modus zwar nicht, aber die Map kenne ich tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt mal ein bisschen besser anstellen als gerade, ja? Ich möchte jetzt nicht hier komplett reinscheißen. Deswegen baue ich jetzt... Ich baue diesmal einfach mein Bett zu, ganz gemütlich, ja? Wir lassen einfach mal die Gegner... Wobei, das macht keinen Sinn, wenn ich die zu mir kommen lasse, weil ich deren Betten abbauen muss. Ähm... Ja gut, das ist jetzt auch nicht so geil zugebaut, ne? Egal, kein Bock, das jetzt noch krasser zu machen. Und ich will ja auch ein bisschen Action. So, wir kaufen jetzt jetzt direkt Blöcke. Wobei, erst ein Knockback-Stick und eine Spitzhacke diesmal. Wobei, ich die wahrscheinlich eh nicht brauchen werde. Jetzt sortiere ich das ganz schnell, damit ich auch krass ausgerüstet bin, falls es gleich zum Fight kommt. Und jetzt gehen wir zu dem rüber. Der sieht so aus, als ob der Kacke ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und schätze den richtig ein. Wir hoffen es jetzt einfach mal, ne? Drückt mir die Daumen, Leute. Macht es jetzt, ja? Viele wollen immer, dass ihr jetzt pausiert und einen Kommentar schreibt oder einen Like da lasst oder sowas. Nein, Leute. Ich möchte, dass ihr jetzt mit mir mitfiebert und mir die Daumen drückt. Ich möchte, dass ihr eure Daumen jetzt so hart drückt, dass die fast explodieren. Damit ich es auch schaffe, das Bett von diesem Typen hier abzubauen. Also, Leute, bitte. Ich brauche euren Support jetzt hier gerade. Drückt ganz feste die Daumen. Wir kriegen das hin. Der ahnt noch nichts. Warte mal. Der ist AFK, oder? Ne, ist er nicht. Der ahnt noch... Okay, jetzt hat er uns gesehen. Hi. Na, wie geht's? Was geht ab? Na, Sister? Ich habe keine Blöcke mehr. Okay, ich muss jetzt theoretisch runter. Und drückt mir die Daumen, Leute. Oh mein Gott. Yes. Wir haben den Kill geholt. Alter, krass. Das habe ich noch nie geschafft. Ihr schreibt sogar Nein. Okay, was heißt noch nie geschafft? Ich habe das bestimmt schon mal geschafft. Aber es sah fast so aus, als ob ich gut bin. Nice, Alter. Nice. So, jetzt noch ein bisschen Essen. Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Proteine, damit wir auch gut ausgerüstet sind für den nächsten Kampf. Steht da hinten noch ein Bett? Nein. Oder? Das würde doch da stehen, ne? Ja. Kann ich auch recht sehen. Ja, dann ist der Team Gelb. Welches Team sind wir überhaupt? Sehe ich das irgendwo? Ich habe das total vergessen. Egal, wir gehen mal, glaube ich... Ja, wir gehen mal zurück. Ach, wir sind Team Weiß. Sowas gibt's? Hat der noch ein Bett? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen ja mal irgendwo hin jetzt wieder. Deswegen gehen wir jetzt mal da rüber. Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Blöcke mehr mitnehmen sollen. Aber egal, wir machen das jetzt einfach mal. Weil der Typ ist auch gerade nicht zu Hause. Heißt, falls er kein Bett mehr hat, warte, es ist Team Schwarz. Team Schwarz hat schon kein Bett mehr. Na toll. Ich bin gerade ein bisschen gehypt und weiß auch nicht, was ich machen soll. Weil eigentlich überlebe ich nicht so lange. Das ist gerade was Neues für mich. Das müsst ihr verstehen. Aber danke für euren Support, Leute. Ihr habt mir echt krass die Daumen gedrückt. Sonst hätte ich den Kill auf jeden Fall nie bekommen gerade. Das ist schon krass. Das ist fast ein kleines Wunder, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Aber nice. Okay. Nur noch zwei Leute, die ein Bett haben und wir gehören dazu. Team Blau und Team Weiß. Und da ist Team Blau. Okay. Oh Gott. Der ist nicht mal zu Hause, glaube ich gerade. Aber ich habe keine Blöcke mehr. Fuck. Egal. Hier ist schon rüber gebaut. Ja. Ne. Steht der da? Ne. Das ist der Dealer. Nice. Okay. Wir können schnell das Bett abbauen. Da sind wir die Letzten mit dem Bett. Nein. Er ist wieder gespawnt. Aber wir haben das Bett zerstört. Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. War das der Letzte? Oh mein Gott. Wir haben gewonnen, Leute. Ich habe erst letztens das erste Mal in meinem Leben eine Runde Skywars gewonnen. Im vorletzten Video. Oder im vorletzten, ja im letzten Skywars Video ganz einfach. Und jetzt das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, eine Runde Badwars gewonnen. Richtig nice. Richtig nice. So. Und die dritte Runde. Ja. Vielleicht läuft die besser als die gerade. Oh. Das ist ein richtig riesiger Boden hier. Bin ich gar nicht gewohnt. Krass. Wir haben zwei Leute dabei. Die meinten, sie wären auf Gomme Platz 11 und einer meinte, er wäre Platz 31 oder 36. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, gegen mich haben die natürlich keine Chance. Egal, welchen Platz die auf Gomme haben. Weil ich bin der krasseste überhaupt, den es gibt auf der Welt. Hat man ja gerade gesehen an meinen krassen Skills. Und deswegen gewinnen wir jetzt einfach nochmal locker die Runde. Will der zu uns rüber? Der Orangene. Das lasse ich aber nicht zu. Da gehen wir jetzt nämlich ganz einfach rüber. Man bekämpft nämlich Feuer mit Feuer. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Aber ich brauche vielleicht ein paar mehr Blöcke, weil der Abstand ist schon ziemlich riesig. So, anderthalb Stacks. Oh Gott, der kann fast bridgen. Och ne. Och nö. Och nö. Der will zu mir. Ja, komm her. Komm her. Hä? Nö. Ich habe bestimmt mehr Blöcke als du. Ja, Lappen. Und? Ne, 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 ne. Oh Gott, der hat eine Steinspitzsacke. Nein. Stirb. Ich verhau dich. Ich habe trainiert meinen Bizeps. Ich habe eine starke Faust. Und nein. Hä? Wir haben den einfach wirklich gekillt. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Okay, ich muss ganz schnell hier weg. Aber der wird einfach wieder hier rüber kommen, denke ich mal. Und mich dann direkt töten. Ich brauche aber mehrere Blöcke. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe mir das Bronze hier zugebaut. Jetzt fliegt das hier die ganze Zeit so rum. Das ist nicht so geil. Brennt man eigentlich, wenn man hier reingeht? Ne. Okay. Das wollte ich nur wissen. Kommt der gar nicht? Na gut, wenn der nicht kommt, dann rüste ich mich jetzt besser aus. Und dann gehe ich einfach zu dem rüber. Ich lasse mir jetzt noch nicht gefallen, dass er hier mein Bett abbaut. Was fällt denn ihm ein? Oh Gott, jetzt kommt der. Oh nein. Ich wollte doch zu ihm rüber gehen. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Hi. Oh nein. Der hat sich richtig ausgerüstet. Fuck. Egal. Eine letzte Runde geht, glaube ich, noch. Okay, Leute. Und die allerletzte Runde. Wieder Team Schwarz. Ich frage mich, ob der Server rassistisch ist und nicht mit Absicht immer in sowas packt wie Team Schwarz oder Team Weiß. Oder ob das nur ein Zufall ist. Nein, Quatsch. Das ist natürlich auch ein Zufall. Es ist mir, um ehrlich zu sein, total egal, wie diese Runde jetzt ausgeht und wie schnell wir sterben. Denn ohne Witz, Leute, wir haben die zweite Runde. Ja, da haben wir gewonnen. Das ist... Das reicht mir jetzt für immer. Ich brauche noch mehr Bronze. Toll. Das reicht mir echt wirklich. Das ist schon... Damit hätte ich nie gerechnet. Nie. Nie. Okay, wir gehen jetzt ganz schnell dazu... Ah, nee. Der baut seinen Bett schon zu. Oder gehen wir zu dem? Wir gehen mal zu dem. Der scheint genauso langsam zu sein wie ich in allem. Deswegen gehen wir da mal rüber. Aber vielleicht ist der auch so kacke. Könnte gut sein. Hoffen wir es mal, Leute. Hoffen wir es mal. Jetzt, ihr kennt das Prinzip. Oh Gott, der kann fast bridgen. Drückt mir wieder ganz feste die Daumen, Leute, damit ich das auch schaffe. Wir müssen uns nur höher bauen als der. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann hat der keine Chance. Ich habe eh mehr Blocke. Na? Ist keine Blocke mehr oder was? Hä? Oh nein! Ich habe Sprinten gedrückt anstatt Shift. Der wird mich sowas von zerstören jetzt. Der wird mich sowas von zerstören jetzt. Knockbackstick, Knockbackstick. Oh nein. Ich hatte es halt locker. Ich hätte ihn locker runterkicken können. Aber ich bin aus Versehen gesprintet, anstatt Sneaken zu drücken. Nee. Okay, jetzt wird es spannend, Leute. Mein Herz rast schon richtig. Der wird uns halt locker runterkicken, denke ich mal. Ja. Ah, nein. Mann. Egal, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich glaube, das war es jetzt auch wie erst mal. Das reicht eigentlich erst mal wieder mit Bad Wars für zwei Jahre. Ich meine, ne. Ich kann das einfach nicht. Ich meine, wenn ihr mehr Bad Wars sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht eine Ausnahme machen und vor zwei Jahren nochmal wieder eine Runde bringen. Ja, mal gucken. Ansonsten lasse ich mir da erst mal Zeit, bis das wiederkommt. Ja, danke fürs Zusehen. Lass eine Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao. 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 Ciao.